Ich höre gerade, dass die Pause, die es zwischen dem neuntletzten und achtletzten Fahrer in diesem zweiten Durchgang gegeben hätte, dass die gestrichen ist. Das ist vermutlich dem Wetterbericht geschuldet. Noch scheint die Sonne auf den Lauf von Marco Schwarz im konkreten Fall. Nicht so sauber anfangen oben. Dann gehen wir den Ski ein bisschen weg. Er hat ja auch schon fulminante zweite Durchgänge gehabt. Einige auch starke erste Durchgänge, aber der hat bei den Weltmeisterschaften und seit den Weltmeisterschaften jedes einzelne Rennenbegriff. Das ist so ein monströses Programm, dass der am Morgen überhaupt noch zum Wett rauskommt. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Einmal muss er noch. Ja, morgen dann auch noch. Das ist ein satter Vorspruch, den er mitnimmt in dem Zielhang. Er steht gut auf der Linie drauf. Er hat halt auch einen wirklich effizienten Fahrstress. So ist vieles möglich. Ja, ja. Überdinkt die Spitze. Marco Schwarz in Führung. Thomas Tungler jetzt weiter. Filippo Della Vita auf Position 3. Eher hier. Top.